Es ist alles perfekt, muss ich sagen. Die Halle ist sehr gut, die Spielbedingungen, die Halle ist nicht zu groß, das Licht passt, die Air Condition ist ein, kein Wind, also es passt wirklich alles. Also es ist die Crème de la Crème von Europa da und da spielen keine schwachen Spieler und eben, wie gesagt, da ist gleich von der ersten Minute an Vollgas und muss mal 100% gleich da sein. Die Form ist eigentlich gut von allen, also haben sich alle gut vorbereitet, die letzte Woche in Stockerau bzw. in Linz. Die Damen haben mit dem russischen Nationalteam gespielt, die Herren unter sich mit unseren HSZ-Spielern, also passt eigentlich. Sie haben auch sehr gut gespielt in Hongkong bei ihrem letzten internationalen Turnier, also ich bin eigentlich zuversichtlich. Auf Wiedersehen! Ich bin eigentlich dritt, ich bin eigentlich aber auch nicht zuvorkommt! Baha 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 Dmaha Baha Baha Baha